Hallihallo, willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. ographics Kamera dreht dich, dreht dich, dreht dich, dreht dich halt so um so um so um so um so um so um. Ja. Vor dies Dings da auch wieder kaputt geht. Hopp. Bella, ja und du auch jetzt. Kommt beide jetzt. Hopp und hopp. Ey. Wieso springst du nicht? Das ist aber schnell, die Dame. Sie ist auch stark. Die hat uns einmal aus dem Wasser gezogen. Wow, das ist aber eine Riesengerippe. Was ist das? Oh, kann ich dir helfen? Da muss ich helfen. Wow. Ah, Hilfe. Hey, Nae. Ja, Nae, komm schon. Wopter. Ich will nichts machen. Hau. Komm, helf mal mit. Die armen Schildkröte. Nicht da. Helfen. Kann man die nicht umdrehen? Will ich ins Wasser reinschieben oder so? Na, ihr hälft doch mal ein bisschen mit. Ja, wir sind so freundlich. Alter, du drehst dich rum. Nicht so rum. So, jetzt, 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 jetzt. Ja. Oder? Hat geklappt? Okay. Dann mache ich das genauso. Umdrehen. So, umdrehen, 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 umdrehen. Und nach vorne, nach vorne, nach vorne. Das ist. Abwärts. haben wir doch noch was haben wir alle da oben ist noch eine die nehmen wir auch noch ja kommen wir helfen dir das machen wir noch schnell na komm schon musst du da jetzt helfen geht das nicht es ging doch vorher auch oder musst du es naiv machen jetzt tatsächlich das ist aber komisch wieso muss es jetzt nach ihm machen so und loslassen 123 was das jetzt sind noch mehr schildkröten zu wo auch die putze ich so ich glaube wir haben wieder neue freunde gefunden cool und wir kommen jetzt wie da hat da jetzt weiß ich was heißt hat da okay da ist die tussi ich glaube ich mache dann ein kart hier ich glaube hier war noch ein speicherpunkt kann das sein dann werde ich wahrscheinlich da vorne wieder anfangen brava und jetzt okay das können wir schon vorbei ja ich weiß was mein fehler war ich glaube wir tauschen mal nee komm wir tauschen mal die plätze erst mal das hier zweites mal muss ich ja wieder er zwei l2 drücken und so es geht aber erst mal einer glaube ich darüber und so jetzt kommst du da und und hey warte mal inna ich kann sich nicht bewegen doch jetzt das hört sich nicht gut an die mappa malia die mappa malia okay und du so jetzt geht es weiter hat es mit dem baumstumpf wieder was zu tun nicht abstürzen alles sind hier guck mal nicht abstürzen das sind das hier sind ja vereiste menschen ist das vielleicht mami und papi könnte sein ne ich glaube ich überziehe der graviert naden los hier alle eingefroren alle vereist das ist was für uns glaube ich das sieht nach uns aus ja und jetzt okay dann gehen wir mal zu dem baum wieder da unten hin das auto herbe oder alle eingefroren alle vereist wo sind der baum ist da da oben auch beim holz hacken das habe ich mir fast gedacht jetzt alle vereist hier alle vereist da oben auch beim holz hacken ja ja warte mal lassen wir erstmal gucken hier sogar kinder oder was sind das oder kann sogar hoch da eine bank ja ich hätte mich vielleicht an jeder bank hinsetzen sollen es gäbe vielleicht auch eine trophäe oder so irgendwie glaube ich aber da setze ich nicht an die bank doch jetzt die aussicht bewundern wow cool auf die idee muss man erstmal kommen ne ich habe mit allem gerecht ich habe eher gedacht dass ich mich auf alle bänke setze damit ich eine trophäe bekomme ist das jetzt so ein speicherpunkt gewesen weil ich glaube ich müsste mal einen cut machen das ist nämlich schon verdammt lange verdammt lange dieser part oder ich schneide in zwei hälften so jetzt müssen wir da rüber die dame wartet schon auch das wird ein bisschen dünn da vorne kamera dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich dreh dreh jawohl halt es ist aber komisch wenn ich nach innen drück ja weil ich ja stimmt ja ich sag gerade wenn ich nach innen drück geht es nach außen und wenn ich nach außen drück geht es nach innen aber ich habe ja beide charaktere gleichzeitig und deswegen gibt es da ein bisschen problem oh da guck mal der ist tot da liegt eine leiche ey was ist denn hier los guck euch das mal an alle eingefroren im krieg mitten im kampf das ist ja übel guck mal her das ist ja derbe da sind ein paar riesen guck mal also sind diese ogre jetzt serviert die müssen für die arbeiten oder was ah die wollen da die festung einnehmen sind alle mitten im krieg dann eingefroren und jetzt da ist ein hebel okay die hälfte der armee vernichtet komm ich glaube du musst das machen lass mal den großen rand ist das dein ernst das willst du wirklich machen ich glaube jetzt nimmst du dir platz da oben ist nämlich eine kurbel da kannst du nämlich die setz dich mal da rein fertig feuer frei ja es kann nämlich da die dinge die brücke runter lassen so jetzt gehst du darüber beim nächsten speicherung mache ich aber definitiv einen cut ist wieder die komische musik da alle führen krieg das ist schon komisch wie kommst du da raus jetzt dann kann ich bestimmt durchzwängen wie kommst du hier runter so eine treppe sehe das nicht ich glaube ja nee doch nicht okay da muss einer oben und einer unten laufen wahrscheinlich ne ja das dachte ich mir schon wieder oh weia ein unsichtbarer Riese ok jetzt habe ich aber Angst ehrlich gesagt jetzt habe ich echt ein bisschen Angst ja cool aber wie kommt Nae darüber ist da eine Tür achso jetzt muss ok ich glaube du musst da rum nicht Nae hopp da rüber weil da ist nämlich die Tür und da geht auch die Tür auf rüber und hopp jawohl geschafft weiter 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 und runter jawohl gut gemacht ja oh habt ihr das gesehen die kann fliegen hohoho alter Schwede das muss ich mir nochmal angucken dann wieso klettern die da rüber alter Schwede wie radikal die ist jetzt drauf oh oh ah halt nein es geht schief es geht schief es geht schief oh ist das derbe oder das ist derbe auf dem Boden geklatscht und tot aber ich glaube ich mache hier einen Cut der ist sauer der Riese wieso ist denn der unsichtbar übel oder die rennt weiter wo sind die hingegangen jetzt da ja super oh ok ja und jetzt nicht fallen lassen nicht loslassen nicht loslassen bitte da rüber übel oder ey da kriegt man richtig Angst Hilfe 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 da hoch da hoch da hoch treib er rauf du auch vor allem wenn man beide steuern muss ist das schon heftig und es hagelt immer so es ruggelt immer so hier wird gespeichert gut ok halt komm mal her da rein oh 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 rennen was das zeug hält rennen 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 es geht nicht schneller schnell 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 über die Brücke über die Brücke über die Brücke wow ich wollte einen Cut machen ich wollte doch nur einen Cut machen wieso ist der Rieset unsichtbar könnte ich sich unsichtbar machen oh la 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 chérie amore amore mio ok aber jetzt mache ich einen Cut jetzt ist dunkel ich denke das ist auch hier ja ein Speicherpunkt oh la la oh la la halt stehen bleiben ich sage Dankeschön fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne wieder einschalten hier zu Brothers A Tale of Two Sons wir sehen uns wieder beim nächsten Mal wenn es euch gefallen hat Daumen hoch Kanal abonnieren wenn ihr wollt natürlich nur ansonsten schaut mal wieder vorbei tschüss bye bye winke winke hier war euer Sanfinkoll bis demnächst gehabt euch wohl bye bye bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal